Wieder mit der allerbesten Laune begrüße ich euch zu einer heutigen Folge TTT. Heute mit... Zappi, Anna, Jiggle Wiggle, Frigo, Eri, Molly, Carol und mir der Biaschkuntau. Hallo. Oh mein Gott, ich wurde etwas genannt. Wir beginnen die Runde mit einem Random Damage. Ich begann die Runde mit einem Toten Tor, wenn wir die Rollen hatten. Hä? Hä? Oh. Hochspuren? Wie sagst du, sagst du... Warte mal, kann ich eigentlich... Alles leer geschossen. Ich glaube, es ist nicht daran, weil ein Magazin wert ist. Ich hab noch nichts geschossen. Ich hab ne Waffe, aber keine Money. Geil! Bounty Hunter und nochmal einen Golden Deagle im Shop, ey. Richtig gut. Wow. Wenn das Magazin leer ist, muss ich den nicht gleich ein neue Bravo kaufen. Deh, 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 deh! Emoli noch No Fall Damage dazu kaufen. Richtig gut. Warte, echt. Ich bin eh Stuntman. Mega geil. Wusch. Ich wusch jetzt mit Molly hier durch die Lüfte. Der, 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 der. Der, 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 der. Hast du gut gemacht. Es explodiert hier alles. Hm. Nicht alles. Keine Ahnung. Ich und Josh haben Spaß. Mit Molly hat man immer Spaß. Hier ist keine Waffen. Wo, 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 wo. Waffeln hab ich nicht genug. Es geht doch gar nicht. Nimm einfach die Munition und werf sie auf die Gegner. Ah, was ist hier? Es blitzt. Du, Eri. Es blitzt. Ich bin ja Bounty Hunter, ne Molly? Ich guck so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist der siebte Punkt? Guck in die Luft und seh dann diesen einen im Himmel. Diese scheiß Plattform. Wie geht das? Ich kann ihn noch holen. Ich springe, aber es passiert nicht. Voll damage brauche ich oder nicht? Ich wüsst du was nehmen hier. Aua! Was haben wir denn noch? Das! Oh, Climpton wär noch geil. Climpton wär noch geil. Wände hoch. Dann bist du so richtig Mobility Master. Aber was macht ihr da oben bitteschön? Wir sind Spider-Man. Er ist Spider-Man. Ich bin Spider-Man. Er ist Wambo. Sie ist Wambo. Ja, sie ist Wambo. Wambologie. Ich finde das, wenn man das so mittig macht. Und dann einfach so im Kreis rumflicken. Habt ihr da oben in der Geweile? Nein! Zerahnt. Ich wurde angeschossen. Wie frech. Harder, Scooter. Und ich werde angeschrieben. Hansi war's. Ich lass dich in Ruhe. Ja, da ist eine. Ich hab halt noch keine andere Waffe. Ich hab einen Golden Eagle. Ich sollte mir vielleicht mal eine normale Waffe aneignen. Gefährlich, solange man's nicht anschießt. Ich wollte halt nicht zurückgehen. Ich wusste ja nicht, was du machen wirst. Wenn ich dem dann fast stehe. Äh, Marker, by the way. Wir haben einen Marker. Ich bin Survivalist. Ich hab eine Golden Eagle. Das gehört nicht zusammen. Ich hab Stichik sterben hören. Das macht dich jetzt nicht weniger Proof. Wolli, was warst du eigentlich vorher? Äh, Tick. Mach du was denn? Okay. Ich dachte nur, gute Leute können eine Golden Eagle kaufen. Ja, bin ich ja angeschossen. Alle können Golden Eagle kaufen. Der Kopfgeldjäger hat die von Anfang an. Ach so. Der Eri ist es. Der Eri ist es. Der hat mich angeschnuppt. Ich hab euch gerätet. Ah, hier. 26.000, äh. Damage. Hast du das? Ich kann mir neue Golden Eagle kaufen, wenn meine Leer ist. Oder mit nem Juggerknock heilen. Oh ja, das ist ne gute Idee. Danke. Nimm ich. Ah, auch da. Das tut ja weh in den Ohren. Schlechte Idee, schlechte Idee. Der tut alles in den Ohren weh. Kann das sein. Nene, ich hab noch ne Vector, aber die ist auf die Distanz auch nicht so gut. Das stimmt. Wen haben wir denn noch? Da lebt noch alles. Also, ich seh noch drei Punkte. Ihr seid immer noch oben, oder? Also seh ich... Warte mal. Ich seh vier Punkte. Okay, ich seh vier Punkte. Seid ihr immer noch da oben? Huch! Na, na. Guck mal noch ein Schenk. Oh. Da brennt jemand. Oder hat gelbes Zeug an sich. Ah, ich kann meine Golden Eagle nicht wegwerfen. Ja, ich hab nicht aus Versehen, äh... Da hab ich mir einfach so ne neue... Ah! Ein Slot da drüber! Warte mal, eben war ein... Warte. De Vilio! Oh De Vilio! Ich hab nur noch neun HP, also... Aua! Ich werd angeschossen. Au! Warum schießt du durch den Zaun? Tja, weil das ein Zaun ist. Kann man halt durchziehen. Oh. Und weder mal haben die Spidermans gesiegt. Ich find's interessant. Wieso hab ich jetzt Taten bekommen? Äh, weil die Runde zu Ende ist. Weil du runtergefallen bist. Ne, ne, ne. Ich war Stuntman, aber die Runde war vorbei. Ja, genau. Die Runde ist noch vorbei. Aber war knapp. War knapp Anna. Und bei beiden Mal wurde der Traitor zum Deputy. Das heißt, die Traitor waren bisher immer alleine. Ähm. Ich brauch diesen Lüftungsschacht nicht. Der hat nicht mehr... Dadurch war der Spy natürlich ein bisschen am Arsch. Weil der andere Täter wusste doch, dass der Spy ist. Ich seh nicht mehr. Es ist dunkel. Ach, der Elgen-Elf. Weil ich mach wieder an. Besser? Danke. Gerne. Was riecht das? Oh, man. Ich bin hier. Everybody. Ich bin Gambler. Und ich hab ne Sola gefunden. Das ist cool. U Nun k nothin' das ist. Wahnsinn. Christopher, was sind des Video? Sir! Wartewartewartewartewartewarte. Riew altar caught auf- Oli. Wir waren so ein gutes Team. Ja, keine Woche. Das ist okay. Leider zu spät. Warte, warte. Du Sportst nicht rein schmeißen. Warte. Es kommt hoch. Nein, es kommt nicht hoch. Es rollt wieder runter. Nein! Warum komm ich die Leiter nicht hoch? Da oben baut wer. Ich weiß nicht, ob er bekommen wollte. Das ist eine verpackte Leiter. Er ist Deputy. Vielleicht er und Frego sind unsere Freunde. Mir gehts gut. Ah, Frego ist Deputy. Er ist deputiert. Oh, weißt du was? Das ist alles neu. Lalalala. 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 Lala. Das geht nicht alles kaputt, oder? Doch. Nein! Haha, überlebt. Oh nein, das ist Happy. Ich wusste ja, dass wir keinen falschen haben. Was ist das? Was ist das? Sonst würde ich auch nicht umstehen. Ich hab selber angefangen, den kaputt zu hauen. Ja, genau. Ja. Hm. Ach, der hat kriegt auch keinen Fallschaden. Ach, hier. Keiner kriegt den Fallschaden. Go Carol. Jetzt hab ich gerade, jetzt war ich mir gerade nicht sicher, ob ich Fallschaden richtig gesprochen habe, oder ob ich Schallfaden gesagt habe. Der auch nicht schlimm. Der heilige Schallfaden ist toll. 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 Ich hab irgendwie gerade einen Umfall. Oh! Die Flash-Leute haben früher den heiligen Schallfaden angestellt. Oh nein, Speed Up ist hier nicht gut. Nein. Wer hat hier Fortnite? Ich hab gefortlightet. Gefällt mir auch nicht. Kannst du da so hoch springen? Äh, Freerunner. Ich hab die ganze Freerunner gewählt. Ja. Also du bist mit den Klassenlassen aber schon rausgekriegt, dass du dir welche aussuchen kannst, oder? Oder jetzt in der fünften Folge. Das Geschenk ist für dich. Das ist von mir. Ein Geschenk. Das mach ich ja nichts. Das ist von mir. Du brauchst doch zwei Tassen, ne? Ist das trotzdem gut? Das ist von mir. Dann kannst du dir eine davon aussuchen. Ja, ich mach das. Ich kanns gar nicht öffnen und weißt das von mir. Ja, alter. Du bist... Ich hab keinen Explosive-Schaden. Ich bin du. Du bist du. Krass. Ich bin du und du... Oh! Oh, Entschuldigung. Ich wollte Fortnite boogen. Hast du mich angegriffen? Achso. Da wirst du... Da wirst du jemandem anders als äh... Recaro? Oh, du kriegst trotzdem das blaue Zeichn natürlich. Aha, 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 aha. Oh. De 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 de. Oh Gott. Da bin ich halt immer schon gewundert, was die Knöpfe bedeuten. Oh nein, nein, nein. Ich kannste sogar umbellegen. Bei mir stehen G und J für Good Job. Jedes Mal. Ich will das überdrucks von der Auto hier. Aus Reflex. Oh! Autsch! Ich hab nen Alma. Da 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 da. Oh. Oh. Innocence went. Ja! Na? Warum haben wir das heute so oft, dass die Zeit ausläuft? Was? Ich warte, ich... Ich warte, ich... Ich warte, ich wollte den Turm hochgehen... Die Jax hat geschlafen. Ich meine, ich war ein Fake-Traiter. Ich durfte nix machen. War er oder was? Also doch, die Traiters hören. Bin ich gewusst, hätte wer es ist. Ich ging die ganze Zeit, dass diese Rampen dann oben im Turm eben fest. Ach, bloße Rampen. Ja. Na? Dann müssen wir ja auch ne Folge länger machen als gebürt haben. Damit die Leute wissen's hier. Warte mal, eine Runde länger oder eine Folge länger? Eine Runde. Eine Runde. Eine Folge, genau. Eine Folge ist auch cool. Jörg, du hast grad eben gesagt, wir müssen ne Folge länger machen. Ja, mach mal das. Vollge länger. Das ist geil, ne? Was ist das? Diese Woche gibt es 8 Folgen. Das gibt's sowieso momentan, jeden zweiten Tag. Diese Woche gibt's 5 Folgen. Ja, Freerunner! Wooo! Endlich weiß ich, was die Knöpfe da oben rechts immer bedeuten. Ja, dann kriegst du sogar Items. Kriegst du sogar Items? Ja! Ich hab meine Lieblingswaffe. Hacker. Newton Launcher. Hacker kannst du... Oh nein! Nein, nicht die Anke. Äh, Seppi, wenn du F1 drückst, kannst du auf Keybindings, äh... Ja, Frego. Äh... Little Helper. Das unterste. Äh, das ist, äh, kann der Hacker. Das ist, das. High塗 ist unverwundbar machen, aber du kannst nicht schießen. Oh Gott! Achso. Na 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 na. Du musst halt nur auf eine Taste legen, ne? Ja, Erik. Ich hab Angst vor Frego. Ich hab ein bisschen Angst vor Frego, ja. Das habe ich sowieso noch... Vor heute ein Josh gefunden habe, darf ich nicht sterben? Ich muss Josh bitten. Alter. Ich hör hier Schütte. Diese Nerncad macht aggressiv! Ja na 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 na! Haha J Ass compuls! Uh! Woire her! Der hat one? Hunter kriegt ne Bärenfalle und ne Harponen. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn man als, äh, als Jekyll oder irgendwas, äh, wenn man da, ähm, jemanden tötet, dann, ähm, die da nicht! Die da nicht! Die da nicht! Die da nicht! Eri! Nein! Das war mein Gottikat! Eri, warum tust du sowas? Aber es hat sich nicht reduziert. Ich lasse dich. Also nicht wirklich. Ja, Entschuldigung. Das war ihr Psan von Nein! Du schießt weiter drauf! Das war ihr... Aua! Mann! Komm mal her, Giggelkicks. Noch 10 Sekunden. Er nasch dich. Okay, oh, mein Bodyguard! Aber, äh, ich hab sie nicht getötet. Wer eschern sie jetzt ein? Ach, fuck, ich hab nur smoke, fuck. Ooooooh, der Handtap macht mich fertig! Okay, ich, ich, ich pack sie nicht mehr aus, außer ich muss das. Vorsicht! Aber ich muss! Hol sie raus! Ja! Okay, Entschuldigung! Okay, Entschuldigung, wo bist du? Wenn du in der Schreie bist! Hallo, Eri! Hallo! Alter, hat's auch... Diese Waffe ist so ein Müll! Ich danke, zieh nicht auf mich, Eri! Ich hab nicht auf dich gezielt! Ich hab auf dich geschossen! Ach so! Okay! Eri böse? Ja, Eri ist böse! Nee, ich, ich bin nicht... Das glaub ich dir nicht! Der hat grad auf mich geschossen und ist es sogar zugegeben, ja? Hallo! Hier, nur weil ich auf dich schieß, die bin ich ja nicht böse! Das stimmt! Frigo schießt auch... Vielleicht schießt der mit Liebe! Frigo, was hab ich zuerst gern gesagt? Schie... Tö... 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 Töte... Töte Frigo! Das ist einfach... Na, nein! Na, nein! Ich geb dir meinen Nein-Kettge an! Frigo hat Molly erschossen! Hä? Ich hab auch nie mal erschossen! Die Nein-Kettge... Dann hab ich meinen erschossen! Ich sagte Nein, Devil! Nein! Du bist ein Devil! Lass mich! Das wär gestorben! Wer von euch ist gestorben? Weißt du nicht! Nicht! Lass, Frigo! Ah! Frigo bist du gut! Warte! Warte! Oh! Wo wird das denn jetzt her? Okay, dann mach ich sowas! Nein, nein, nein! Anna, warte mal! Anna, warte mal! Du bist doch cool, oder? Bleib mal stehen! Jetzt ist ein bisschen Angst! Nein, ist alles gut! Nicht bist du! Bleib mal stehen! Frigo ist übrigens da hinten drin gewesen, in dem... einen Schuppen... Ich hab Zeppi gemacht! Ich weiß so nicht, wo der Rest los ist! Frigo ist da vorne! Riding Damage! Oh! Oh! Also ist ich ernsthaft genierend? Okay... Oh Gott, die Waffe muss ich... Ich muss nachladen! Muss nachladen! Aufstehen lassen! Alter, diese Waffe, ne? Die knockt dich so kacke weg, dass du nicht schießen kannst, richtig, ey! Für die einzige Waffe, die das kann! Ich hasse diese Waffe! Warum hast du sie? Du weißt Regenflügen! Ich werde diese Waffe heute nicht mehr kaufen, ich verspreche es! Oh! Wir sollten... Wir sollten... Frigo die... Die IG-Gun-Regel umschreiben! Für einmal... Einmal nein! Pro Woche! Okay, ich hab's heute verbraucht! Okay! Länger auf mich anschiebs übrigens! Weiter so! Ach, das ist ein Rollband! Das ist... Nein! Das war ich! Ich weiß nicht warum, aber diese Sian-Cat macht mich echt aggressiv! Ich hab's gemerkt! Was? Hä, verstehe! Ich fand's super! Sian-Cat erinnert mich an meine Kindheit! Ich hab mir so oft das 10-Stunden-Video angesehen! Ich bin schon wieder Bodyguard! Diesmal auf Frigo! Hey Josh! Was machst du? Troll oder Athlet? Troll kannst du dich kleiner machen! Athlet kannst du einen Baseballschläger! Oh! Ach! Ich werd so oft fragen müssen! Wie ich mich jedes Mal selbst kalimitieren will in der Match! Ha! 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 Warte mal! Warte mal! Wolltest du was übersehen? Bist du auf einmal... Hä? Okay, bist du auf einmal mein Bodyguard? Das ist dein! Nein! Dann ist dein eigentliches Target... Ja, warum? Dann ist dein eigentliches Target gestorben! Oh! Ich wollte grad sagen, warum seh ich was du bist! Okay, Frigo hat sich wahrscheinlich selbst getötet! Naaah! Wahrscheinlich! Wir sind lauter Explosionsfässer oder... Ich glaub das war die Nyan Cat! Deswegen... Die Sache der Nyan Cat! Nicht schon wieder der Nyan Cat! Genau, stimmt! Wenn Frigo sich die mehr als einmal Kaufprozession stirbt er automatisch! Richtig! Hab ich grad noch schnell eingestellt! Hast du reingehackt in den Server? Ja! Ja, stoppierst du! Ah! Au! Au! Ich krieg Schaden von hinten! Nein! Ja! Okay! Jeder kann halt machen, was er möchte, aber... Josh! Oh! Josh ist tot! Anna! Ich steh auf dir! Ich steh hinter dir! Nein Molly, das heißt, ich steh auf dich! Oh! Ah! Josh ist entweder am Dorf wachst, oder gestorben, oder jemand hat auf mich gestorben! Du stehst auf einer unidentifizierten Leiche! Ja, das ist Josh! Läuft! Mhm, mein Schakala! Und Molly, weißt du was doof ist? Ich kann mich nicht bewegen! Du bist so fett! Ja! Nein Molly! Molli, lebst du? Hast du überlebt? Molli? Molli! Molli! Ich kann deine Leiche nicht identifizieren, ich bin zu scheiße am rüber zu springen! Kannst deine Molly nicht infizieren! Molli! 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 Ey, diese Runde steht unter dem Titel, der Bodyguard, der seinen Schützling nicht findet! Ich bin extra weggegangen von dir, weil ich wusste, dass wenn ich sterbe, eigentlich wollte ich vorher noch jemanden, ja, noch jemanden zum Sidekick schießen, dass ich explodiere. Hat Erich schnell noch den Weg hinter sich her? Oder auch der unfiege Bodyguard. Ja. Was ist zur Hölle? Aber der Globat ist gefühlt mehr. Frigo! Nein! Hallo? Hä? Ich hab grad ne Weile gebraucht, um das zu lesen, was da eigentlich steht. Das ist Meinungsfreiheit. Frigo, wenn du... Ich sag wirklich so, je mehr, desto besser. Wenn siehste, der Junge hat Ahnung. Oh nein, ich hab Lion Cat Gun im Inventor. ...wennst du, dass Frigo die Lion Cat Gun haben? Warum? Wo ist Frigo? Die Survivalist. 10 Euro an Josh. 10 Euro an Josh und Frigo kann die dann die Lion Cat Gun verwenden. Okay, das ist ein Deal. Das find's cool, ja. Frigo, 10 Euro, dann darfst du wieder nutzen. Jetzt hab ich mir schon was anderes gekauft. Jetzt brauch ich nur einen Waffen. Ja, Chance vertrauen. Kann ich mir doch immer Punkte rüberschieben? Oh, du hast schon gekauft. Josh, Josh. Josh, Josh. Doppel Josh. Ja? Doppel Josh? Ja, ich bin so fett. Josh, Josh. Ich war als fett und alt, eine schlimme Kombi. Josh klettert. Aua! Ich hab Schaden bekommen. Kara hat mich angeschossen. Ich hab dich nicht angeschossen. Ich hab nicht mal ne Waffe. Oh Scheiße. Sag recht auf. Du wangst zu sterben. Alter! Was? Wenn ich sterbe, ist es Zappi. Hallo Caro. Ist doch schon gewesen. Das ist doch schon gewesen. Leute gucken, wie du reagierst. Geschenke! Ich hab einmal geflickt. Hätte ich den getroffen, hättest du nichtsmals leid getan. Ja, aber das wäre nice gewesen. Ich bin ein Gast an der Map. Oh oh. Bringt sie einfach runter, meine Güte. Ja, weil ich da oben nicht rauskomme. Ich hab meine allgemeine Obenfrauen. Frigo! Hier liegt ne Tasse. Hier lag ne Tasse. Oh Frigo. Ja. Hast du Molly getötet? Äh, nur noch. Wer schießt denn nicht auf mich? Wer schießt denn nicht auf dich? Also ich schieß nicht auf dich, Frigo. Angenommen, ich hab mir so'n dämonisches Besässerungsobjektteil gekauft. Einfach aufm Boden mit markiert. Aber ich hab's nicht im Inventar. Dann hast du den Passive-Perk, wo du eine Person nachher aussuchen kannst. Genau, wenn du tot bist, kannst du einfach mit ehrartigen Spielen auswählen. Ich schieß Carol an. Hallo, ich bin Traitor. Warum? Warum ist das? Oh nein, schnell, schnell, schnell den Turm runter, schnell den Turm runter, schnell den Turm runter, schnell den Turm runter, schnell den Turm runter. Nein, ich merk schon, du Assi! Nein! Er hat ihn grad getötet. Ich? Carol ist äh... Achso, das ist ein Zombie. Er war ein Zombie. Kann bitte jemand Carol umbringen, Carol ist äh... Ach, ein Zombie gibt's auch noch. Ja, aber er war tot. Okay. Darf ich auch kurz identifizieren, bevor er mich umbringt. Anna, warum hast du Carol getötet? Weil Carol wieder als Zombie belebt hat. Oh, da war ein Navi. Da war ein Zombie nämlich ausgewichen. Irgendwenn hat er gerade erwischt. Oh Gott! Ich hab einen Schaden bekommen. Ja, schön nach oben geflogen. Und da ist wer gestorben. Reco, ein Ehren an dich, ne? Die bessere Nile-Cat-Gun. Hast du? Oh Gott. Oh, sorry, wollte ich nicht. Hilfe? Woll ich nicht. Aha. Da wäre ich einfach angeschossen. Das krieg ich nicht kriminell. Okay, da wurde jemand getötet. Joshua, was war das? Ey, das war eine 360 Melon. Die musst du mir anrechnen. Also, die war nicht so geil wie die Hapune, aber... Ja, aber die Map... Oh Gott, die Map hat direkt in ihren Skill. Ja, ich merk schon. Ich sollte nur noch diese Map spielen. Ja. Okay, Harry, ne? Also, ich lass dich erstmal in Ruhe mit den anderen beiden da, ne? Also, wer auch immer davon T ist. Ich weiß es nicht. Ähm... Ne? Ich misch mich da später wieder ein. Ihr Fickfressen! So, Molly war bestimmt zäh davon. Weißt du nicht? Ja, wird schon. Ja, dann schieße ich ab jetzt auch wieder. Ne? Wenn der bestimmt T war, dann... Ich hab ihn angeschossen und er zurückgeschossen. Aua! Ist dir halt so egal? Meine Gefühle! Ja, aber ich war Data. Ja, okay. Du könntest aber Sidekick sein, in der Theorie, ne? Wo kommt die Musik? Und? Oh, Molly war kein Täter. Äh, war kein Täter. Oh, und der Punkte. Das... Hm. Oh, Alter, ich... Okay. Warte mal. Ich bin jetzt Gott. Ich hab die... Ich hab die Nine-Cat-Gun und die Pietz-Mit-Gun. Ich sollte dich, äh... Ich hab die Nine-Cat-Gun und die Pietz-Mit-Gun. Hm. Was machen wir denn jetzt, Eddie, hier? Das ist ja... Ja, ich sehe leider nichts für wirklich aus. Okay, ich versuche das nochmal. Alter, wie lange bin ich hier angepisst? Ach, ich hab dich wirklich getroffen damit, mit dem ersten? Ja. Oh fuck, dann hätte ich ja nicht mal meinen Winkel anpassen müssen. Jetzt hab ich mich dadurch selber auch angepisst. Das ist ziemlich bescheiden. Hm. Ich bin so wütend. Oh Mann. Ich bin so wütend. Oh Mann. Hey, Josch hat doch mit... Er hat doch mit ner Melon geschossen. Warum bekamst du nicht auf die Idee, dass er T ist? Warum sollte ich dich nicht wiederbeleben? Ich wusste... Das... Das Josch-T ist, wusste ich. Aber das haben ja noch andere Leute gelebt. Das war doch mal eins aus. Ich hab halt zurückgeschossen, weil du mich angeschossen hast. Ohne Grund. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Schaut gerne bei dem anderen vorbei. Äh. Liked Eri auf... Folgt Eri auf Twitter, wenn ihr... Ja da sowieso. Wenn ihr Hentai mögt. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau. Tschüss. Ja tut Hentai auf Twitter. Oh mein Gott.